Hallo liebe Games-CH-Leser und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Vor etwa zehn Jahren verlor der im Januar 1993 geborene britische Schauspieler Abu Bakr Salim, der unter anderem Bayek aus Assassin's Creed Origins vertonte und in den TV-Serien Raised by Wolves und Informer mitspielte seinen Vater an Krebs. Da die beiden durch das Thema Gaming eng miteinander verbunden waren, entschloss sich Salim, den Verlust seines geliebten Vaters durch die Entwicklung eines Videospiels zu verarbeiten und ihn dadurch rückblickend zu ehren. Herausgekommen ist ein Action-Adventure-Plattformer im Metroidvania-Stil aus der Feder der sogenannten Surgeon Studios, eine Games- und Filmfirma, die Salim selbst gründete und deren dreißigköpfiges Team er als Director anführt. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Junge Zuberi. Direkt im Intro erlebt ihr hautnah mit, wie er in die Wohnung seiner Eltern kommt, es jedoch, übermannt von tiefster Trauer, nicht übers Herz bringt, das Zimmer seines verstorbenen Vaters zu betreten. Kurz darauf begrüßt ihn seine Mutter und übergibt ihm ein Buch seines Baba. Zuberi nimmt es, will anfangen zu lesen, schließt die Augen und ist plötzlich mittendrin in der Geschichte. In dieser Welt, den mystischen Landen von Kenzera, heißt er jedoch nicht Zuberi, sondern Cao und ist ein Schamane. In der Hoffnung, seinen verstorbenen Vater doch irgendwie wieder auferstehen zu lassen, nimmt Cao Kontakt mit Kalunga, dem Gott des Todes auf und erfährt wenig später, dass er tatsächlich noch eine Möglichkeit hätte, ihn zurückzubringen. Dafür jedoch muss Cao drei große Geister besiegen, die Kalunga verleugnet haben. Was folgt, ist eine in vier Akte unterteilte, schön erzählte Odyssee, welche euch durch ebenso viele verschiedene Biome führt. Los geht's im Hochland, wo euch die Macher Schritt für Schritt an die verschiedenen Gameplay-Mechaniken heranführen. Das mit Abstand Wichtigste sind die Mond- und die Sonnenmaske. Ein Druck auf die obere linke Schultertaste genügt, um jederzeit zwischen den beiden Masken zu wechseln, die euch dann wiederum mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten ausstatten. Tragt ihr die blaue Mondmaske, könnt ihr im Kampf blitzschnell Lichtladungen auf eure Feinde abfeuern und sie dadurch aus der Distanz unschädlich machen. Wahlweise auch mit einer sehr praktischen Funktion für präzises Ziel. Wollt ihr euch dagegen in den Nahkampf stürzen, ist die rot leuchtende Sonnenmaske die geeignetere Wahl, zumal Cao seine Gegner dann mit zwei mächtigen Stäben malträtiert. Jede Maske verfügt zudem über einen eigenen Fertigkeitenbaum mit jeweils acht Einträgen. Schaltet ihr beispielsweise das Lichtsperrfeuer-Upgrade für die Mondmaske frei, bringt ihr mehrere Lichtsalven gleichzeitig auf den Weg. Während das Sonnenbeben-Upgrade der Sonnenmaske einen Luftbodenangriff freischaltet, der getroffene Feinde zurückschleudert. Idealerweise direkt in eine der vielen tödlichen Umgebungsfallen, die dann den Rest erledigen. Eine weitere Besonderheit der Masken sind die sogenannten Energieangriffe. Um sie auszulösen, müsst ihr zunächst durch erfolgreiche Treffer die beiden Energie-Segmente unten links im Bild aufladen. Drückt ihr nun gleichzeitig beide Analogsticks hinein, entfesselt Cao, je nach aktiver Maske, entweder den zum gewissen Grad lenkbaren Mondstrahl oder aber die Supernova, eine rotierende, nach oben lodernde Feuerwalze, die nahezu alles in ihrem Einzugsgebiet verschlingt. Vor allem wenn Widersacher aus allen Richtungen anrücken, sind diese aufrüstbaren Special-Moves der perfekte Rettungsanker. Alternativ dürft ihr volle Energie-Segmente aber auch durch Drücken der oberen D-Pad-Taste in Lebensenergie umwandeln. Dass sich viele Kämpfe schon früh recht herausfordernd anfühlen, liegt aber nicht nur an der Menge der Gegner, die euch die Macher häufig in engen Arealen auf den Hals hetzen, sondern auch daran, dass stärkere Feinde häufig blaue oder rote Energieüberschilde tragen. In solchen Situationen müsst ihr dann fix zur farblich jeweils korrespondierenden Maske wechseln, um effektiv Schaden anzulösen. Am Ende eines jeden Bioms erwartet euch außerdem ein grafisch-explosiv inszenierter Bosskampf, etwa gegen das Vogelwesen im Pundulu, das euch mit Blitzen, Lichtkugeln und seinem Metall-Schnabel zusetzt. Kämpfe wie dieser ziehen sich zwar in die Länge, sind mit präzisen Ausweichmanövern, regelmäßigen Heilen und dem Einsatz der Energieangriffe gut zu schaffen. Nicht zu vergessen gutes Timing beim Nachladen der Fernkampfwaffe. Die Steuerung erinnert dabei ein bisschen an Gears of War und lädt Saos Lichtstrahl viel schneller auf, wenn ihr die Reload-Taste innerhalb eines bestimmten Zeitfensters drückt, so wie hier im Video zu sehen. Sobald ihr bestimmte Schreine innerhalb der Spielwelt gefunden habt, variieren die Entwickler das Level-Design außerdem noch mit maskenspezifischen Gadgets. Bambas Stein etwa ist mit der Mondmaske verknüpft und friert fließendes Wasser temporär ein, wodurch ihr dann zum Beispiel rauschende Wasserfälle erklimmen könnt. Der an die Sonnenmaske gekoppelte Speer von Akida wiederum erlaubt euch, kreisförmige Schalter aus der Ferne zu aktivieren. Meist dicht gefolgt von einer zeitkritischen Jump'n'Run-Passage, in welcher ihr schneller als ein orangener Lichtfunke ein Tor erreichen müsst, um es zu durchqueren. Oder nehmen wir Zawadis Haken. Damit zieht sich Cao rasend schnell an speziell markierte Punkte in der Umgebung heran und wird dann durch die Luft katapultiert. Die meisten dieser Gadgets lassen sich ferner als Waffe nutzen. Bambas Stein etwa friert auch Gegner ein, während Akidas Speer, präzise Wurfbahn vorausgesetzt, Lebensenergie abzieht oder rote Schilde durchbricht. Abgerundet wird das Kampfsystem von Schamanenschmuckstücken, die zaumächtige Segnungen wie etwa zusätzlichen Widerstand gegen Projektilschaden zuteil werden lassen. Die Idee ist vergleichbar mit den Amuletten aus Prince of Persia The Lost Crown oder den Bildnissen aus Blasphemous 2 und setzt den Besuch von Werkbänken voraus, um die getragenen Schmuckstücke zu wechseln. Obwohl in Tales of Kenzera Cao das Jump'n'Run-lastige Erkunden und Kämpfe im Vordergrund stehen, werdet ihr zwischendurch auch immer wieder mal mit kleinen Puzzles konfrontiert. Meist geht es dabei dann darum, Blöcke innerhalb eines Abschnitts zu verschieben, um Druckplattenschalter zu aktivieren, brüchige Bodensegmente mit dem Gewicht der Blöcke zu zerstören oder zusätzliche Plattformen für eine knifflige Hüpfpassage zu schaffen. Und der Schwierigkeitsgrad? Der fühlt sich im Vergleich zu Genre-Konkurrenten etwas moderater an. Hauptgrund hierfür ist, dass das Spiel in recht kurzen Abständen automatische Speicherpunkte anlegt, an denen ihr bei Fehltritten direkt neu startet. Hinzu kommt, dass Feinde in einmal gemeisterten Abschnitten auch nach einem späteren Bildschirmtod nicht mehr respawnen. Für zügiges Vorankommen sorgt darüber hinaus eine Automap, auf welcher gerade neu entdeckte Gebiete meist schon zu großen Teilen enthüllt sind. Das heißt, man eine Route auch schon sehr gut planen kann. Im Gegensatz zu Prince of Persia The Lost Crown fehlt allerdings ein Gegenstück zu Ubisofts genialer Erinnerungsfragmente-Funktion. Ihr könnt wichtige Orte auf der Karte hier also nicht mit einem spielinternen Screenshot bookmarken, um sie später schnell wiederzufinden. In Sachen Zugänglichkeit fehlen zudem Funktionen wie ein Hochkontrastmodus und die Möglichkeit, besonders knifftige Jump'n'Run-Passagen mithilfe von Portalen zu überspringen. Kommen wir zu unserem Fazit. Zwar kann Tales of Kansara Tsao nicht mit herausragenden spielerischen Innovationen glänzen, wohl aber mit grundsoliden, gut ausbalanciertem und sehr flüssig dargestellten Metroidvania-Gameplay. Vor allem die beiden Masken passen perfekt zum wunderschön inszenierten Afrika-Setting und erweitern das Fähigkeiten-Spektrum des agilen Tsao mit passenden Upgrades wie Bambas Stein, Akibas Speer oder Zavadis Haken beträchtlich. Schön auch, wie flüssig und responsiv sich alles steuern lässt und wie viel Herzblut in den Soundtrack, die Sprachausgabe und die Geschichte floss. Letztere berührt auf emotionaler Ebene, hält zahlreiche Lebensweisheiten bereit, lässt euch immer wieder mal schmunzeln und wird streckenweise sogar richtig dramatisch. Level-Design- technisch gibt's wenig zu meckern, wobei wir uns unterm Strich noch mehr Variationen bei den Gegnertypen gewünscht hätten. Mit 8-10 Stunden für den roten Story-Faden, respektive 12-15 Stunden um alle Extras zu entdecken, geht der Umfang zum geforderten Preis von ca. 18 Franken ebenfalls mehr als in Ordnung. Macht zusammen eine klare Empfehlung für Genre-Fans und bleibt hoffentlich nicht das letzte Spiel der Surgeon Studios. Euch hat das Video gefallen? Dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal, um auch zukünftige Videos nicht zu verpassen. UTIME Vielen Dank.